Herzlich willkommen hier zu 3Core. Ich bin euer Flushy und präsentiere euch Need for Speed Most Wanted von Let's Play von dem Part 23. Oh mein Gott, das geht schon mal. Scheiße. Nicht gut. Schöne den Drive-In. Die ist perfekt. Ich habe einen Platini. Mühe einen ausgefangenen Einsatzwagen. Geh jetzt weiter. Lass ihn nicht vorbei. Wir werden Verseitenden befestigt. Lass ihn nicht vorbei. So, geht doch nicht. An alle öffentlichen Einheiten. Letzter Weg. Ja. Der Verdächtige hat sich seinen Weg durch die Straßenskülerin gemahnt. An alle Verfolgereinheiten. Ihr seht auf eurem Bildschirm, wo unsere Straßensperre ist. Treibt ihn her. Wir bereiten ihm einen heißen Empfang. Kontextfahrt nicht verloren. Regeln wir auf den Sektor ab. So. Hat mir ein bisschen Spaß gerade gehabt. Zentrale, hier Charlie 15. Könnt ihr mir die Daten nochmal rüberschicken? Mein Bordsystem ist abgestürzt. So. Kopfgeld haben wir ja jetzt auch genug. So. Wo sollen wir denn? Ganz da unten. Da fang ich einfach mal ein Stück zurück. Alle Einheiten ausschwerfen. Linkshallung ist aufgehoben. So. Dann haben wir gleich hiervon müssen die nächste Rennen. Und zwar einen Sprint. Annehmen. Dann sagt Kudoro. Dann sagt Kudoro. hier. It's raining man. Oh. Ah. Ah. Also mit Musik wär das Ganze ein bisschen schöner hier. Aber leider. Leider. Ja. Wir waren ja schon zwei Videos gesperrt. Die wir hier nicht in Deutschland gucken dürfen. Bevor hier mehrere gesperrt werden fahr ich lieber ohne Musik. Weil da dürfte ja dann eigentlich nichts sein was gesperrt werden darf oder kann. Nein. Was geht ey? Nein. Was geht ey? Gotmacht. Yuhu! Ich glaube, dass ich das Rennen gewinne, bezweifle ich hier. Ja, ich bin Zweiter. Heißt, das Ganze nochmal starten. Vorher will ich nochmal schnell einen Schluck trinken. Neustart. Jetzt meine ich das Dunkel auf jeden Fall nicht nochmal. Ich glaube, dass ich das Dunkel auf jeden Fall bin. Ich bin einfach in T VOICE higher. Ich bin einfach. Ich bin einfach. .... grandson. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020